Vielleicht habt ihr auch jemanden im Freundeskreis, der immer, 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 immer einen Lippenpflegestift in der Tasche dabei hat und sich gefühlt alle paar Minuten damit die Lippen einfettet. Und vielleicht hattet ihr dann auch schon mal die Diskussion darüber, ob Lippenpflegestifte süchtig machen könnten. Könnte ja gut möglich sein, wenn man sieht, wie hektisch Leute so einen kleinen Lippenpflegestift suchen, wenn der dann mal irgendwie gerade nicht aufzufinden ist und so, oh Gott sei Dank, ich habe ihn wieder gefunden. Immer wieder wird auch erzählt, dass in den Produkten Stoffe enthalten sind, die abhängig machen. Diese Behauptung werde ich in meinem Video jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Wir können alle fühlen, dass die Haut unserer Lippen sehr, sehr zart ist. Das liegt unter anderem daran, dass sie keine Talg- oder Schweißdrüsen hat. Dadurch kann sie sich kaum selber schützen und wird schnell rau. Das passiert zum Beispiel, wenn die Heizung die Luft besonders trocken macht oder wenn ihr bei Kälte lange draußen seid. Hier kommen dann die Lippenpflegeprodukte ins Spiel. Mit diesen legt ihr euch eine Fettschicht auf die Haut und verhindert damit, dass Feuchtigkeit verloren geht. Klingt bisher eigentlich doch ziemlich harmlos und vernünftig. Vielleicht bringt uns ja ein Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe weiter. So, mal gucken. Das sieht eigentlich völlig in Ordnung aus. Das sind alles natürliche Öle und Wachse. Zum Beispiel Bienenwachs, Avocado und Jojobaöl oder auch Shea-Butter. So eine natürliche Zusammensetzung wird bei immer mehr Lippenpflegeprodukten zum Standard. Das war aber nicht immer so. Und es gibt auch immer noch Produkte, die hauptsächlich aus Fetten bestehen, die aus, festhalten, Mineralöl gewonnen wurden. Da solltet ihr wirklich darauf achten, denn gesetzlich sind solche Inhaltsstoffe auf Erdölbasis noch immer erlaubt. Es können aber krebserregende Stoffe darin stecken. Allerdings machen diese Inhaltsstoffe nicht süchtig. Das heißt, auch hier kommen wir nicht weiter. Deshalb machen wir als nächstes ein kleines Experiment. Stellt euch vor, dieses Holzstück ist eure Lippe. Wenn ihr mit dem Finger drüberfahrt, könnt ihr spüren, dass es ein bisschen rau ist. Ich gehe da mal mit etwas Bienenwachs drüber. Das ist ja sowas wie ein Lippenpflegestift. So, schön. Noch ein bisschen rubbeln. Genauso wie ich das bei meinen Lippen auch mache. So. Und auf einmal ist das Holzstück richtig schön glatt und gut geschützt. Genau wie eure Lippen, wenn ihr gerade mit dem Pflegestift drübergegangen seid. Aber der Schutz nutzt sich natürlich ab. Zum Beispiel, wenn ihr etwas trinkt, was esst oder mit eurer Zunge über die Lippen fahrt. An unserem Stück Holz rubbel ich das jetzt mal mit dem Schwamm ab. Das ist jetzt quasi so sinnbildlich die Zunge. So, zack, zack, zack. Oh ja. Da hängt jetzt die ganze Schlonze dran. Das Holz, beziehungsweise die Lippen, sind jetzt wieder so rau wie vor dem Pflegestift. Also schnell wieder neues Wachs drauf. Wenn ihr selber schon Lippenpflege benutzt habt, wisst ihr, wie schnell man sich an das angenehme Gefühl weicher, geschmeidiger Lippen gewöhnt. Lässt man die Pflege dann einige Stunden weg, sind die Lippen plötzlich gefühlt rau. Aus Reflex befeuchten wir sie mit der Zunge. Das sieht dann ungefähr so aus. Der Lappen ist jetzt mal die Zunge. Welche Zunge sieht nicht so aus? So gehen wir der Zunge so drüber. Dann kommt da so ein ganz bisschen Feuchtigkeit drauf. Und was passiert mit dieser Feuchtigkeit natürlich? Die verdampft. Und das trocknet unsere Lippen dann wirklich aus. Da das aber völlig unbewusst passiert, denken wir, dass der Lippenpflegestift schuld ist und unsere Lippen süchtig danach sind. Das ist allerdings nur ein Gefühl und keine wirkliche Sucht. Ein kleines Lippenpeeling und vielleicht vor dem Schlafengehen etwas Olivenöl einmassieren. Dann ist innerhalb kurzer Zeit alles wieder gut. Und damit wandert die Lippenpflegestiftsucht eindeutig ab in die Mythos-Schublade.